Hallo Leute, hier ist wieder mal euer Ken, ähm, ja, ich hab bemerkt heute Morgen, dass ich 300 Abonnenten hab, das ist saugeil, ich danke auch jedem dafür, dass ihr mich abonniert habt und ich bitte euch auch darum, ähm, das weiterhin zu machen, den gelben Button zu klicken auf meinem Kanal, wenn euch meine Videos gut gefallen. Ja, ich werde mit meinen Let's Plays eindeutig immer weitermachen, auch dann bald wieder ein neues machen, wenn ich mal wieder alles hochgeladen hätte, das ist ja immer so eine Sache, aber ich hab's jetzt langsam mal geschafft, alle Teile hochzuladen von Overlords und dann von Call of Duty kommen nicht ganz so viele, aber auch schon relativ viele, dann muss ich mal schauen, weil ich wollte mal, ja, das Royal Beef, das findet jetzt demnächst statt, ich hoffe, das wird was und da werdet ihr auch viel zu lachen haben und viel Spaß machen. Spaß mit haben, hoffe ich mal. Dann, ähm, ja, was mach ich denn dann noch? Ich denke mal, das Koop, also diese Koop-Story von Splinter Cell Conviction wollte schon ein Kumpel machen, wenn der zu mir kommt und bei mir übernachtet, dann machen wir mal ein Let's Play Together daraus, das wird auch gut, hoffe ich mal. Ja, wir werden uns noch ein paar Sprüche einfallen, während des Let's Plays. Ja, und was soll ich jetzt hier noch großartig erzählen? Nochmal viel Dank für alle Abonnenten, dass ihr mich abonniert habt und blablabla, Kommentare, genau, dass ihr Kommentare geschrieben habt, machen zwar nicht so viele, aber die, die es machen, die machen es regelmäßig und dafür bin ich denen noch dankbar. Ja, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall Weltmeister, ne, so sieht's aus, deutscher Weltmeister, dieses Jahr hundertprozentig, ich mein Argentinien 4-0, England 4-1. Ich würde mal sagen, das Spiel am, äh, Mittwoch wird eindeutig mal mindestens mal 3-1 ausgehen. Ja, ähm, da mir jetzt nicht wirklich viel einfällt für dieses Special, sag ich mal, und ich euch alles gesagt hab, was ich euch sagen wollte, oder kommt da noch irgendwas? Lasst mich mal überlegen. Nö, nö, soweit ist alles gesagt worden, ähm, lass ich einfach mal ein paar Bilder ablaufen. Ähm, mit hinterlegender Musik. Ja, und viel Spaß einfach damit, also die Bilder sind von Overlord und was weiß ich halt, wovon meine Videos auch gehandelt haben. Also, äh, schön weiter abonnieren und weiter meine Videos schauen, Kommentare schreiben, auf mag ich klicken und dann werden wir noch von uns hören. Viel Spaß weiterhin auf YouTube, euer Ken. Ja. Ja, ich kann euch libraries seh, das ist Ja, ich kann euch ver tela systemic. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020